Das Kapitol, Herz der amerikanischen Demokratie. Am 6. Januar 2021 soll hier die Präsidentschaftswahl feierlich bestätigt werden. Stattdessen stürmt ein wütender Mob den Kongress, bedroht die gewählten Volksvertreter und Sicherheitskräfte. Ich glaube, dass der 6. Januar nur ein Vorspiel war für das, was wir in den nächsten Jahren erleben werden. Nämlich die Bereitschaft, gewaltsam einen Umsturz in den USA herbeizuführen. Wie konnte es zu so einem Ausbruch an Gewalt gegen das Parlament kommen? Wie gefährdet ist die amerikanische Demokratie? For purple mountain majesty... Our help! Our help! USA! 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 There really is nothing in American political history that compares to the people forcing their way into the seat of government. What's at stake is democracy. America! This is fucking history! America! God shed his grace on thee! If you don't fight like hell, you're not gonna have a country anymore. And come like a field! Stop that field! We're gonna walk down to the Capitol! To the Capitol! Donald Trump hat die Präsidentschaftswahlen im November 2020 verloren. Er akzeptiert seine Niederlage aber nicht, mobilisiert stattdessen seine Anhänger mit der Lüge von der gestohlenen Wahl und stürzt die USA so in einen Ausnahmezustand. Am 6. Januar versammeln sich seine Fans im Regierungsviertel von Washington, zwei Kilometer Fußmarsch vom Capitol entfernt. Der Personenkult um Trump ist ungebrochen. Er ist der Fixpunkt der Bewegung. Fight for Trump! 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 Ein Flaggenmeer, das sah aus wie im Grunde genommen sich ein Heer versammelt, um in den Krieg zu ziehen. USA! 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 I've seen some reports saying that there was only like a hundred thousand or something like that. I think there were close to a million people there. I don't think there was a hundred thousand. It was more than that. There was like a million. I think there was more. Yeah. USA! 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 Fight for Trump! Fight for Trump! Fight for Trump! Fight for Trump! Wir rechneten damit, dass er wieder Öl ins Feuer gießt. Was wir nicht wussten ist, wie weit seine Büchsenspanner schon gewissermaßen als Vorgruppe bei dieser Veranstaltung die Stimmung anheizen. Please welcome America's mayor, Rudy Giuliani. Hello. Macho, macho, macho! Let's have trial by combat. USA! 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 You have an opportunity today! You can be a hero. Or you can be a zero! Für den Kampf sind auch die Oath-Keepers, Proud Boys und andere Ultrarechtegruppen angetreten. Sie wollen einen demokratischen Machtwechsel mit Gewalt verhindern. Wir werden nicht mehr nehmen, und das ist alles, was das alles ist. Und wir kämpfen. Wir kämpfen wie hell. Und wenn wir nicht kämpfen wie hell, werden wir nicht mehr haben. People knew what he meant, because he had implied so many times that the only real patriots were the ones who were willing to commit violence in his name. Wir gehen, und ich bin da mit Ihnen. Wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen, anyone Sie wollen. Aber ich denke, hier, wir gehen, wir gehen, zu den Kapitel. Der Kapitel. Er ist ein realer Mensch. Er sagt, was er ist, was er ist. Und mehr importantly, ich denke, als alles, er sagt, was er sagt. Der Aufruf mobilisiert die Massen auf der Kundgebung. Sie haben nun ein Ziel, das Kapitol. Trump verspricht, sich auch mit auf den Weg zum Kapitol zu machen. Macht er aber nicht. Er fährt mit seinem Clan zurück ins Weiße Haus. Veteran Dave Choquette aus Texas ist damals auch nicht mit zum Kapitol gezogen. Er kehrt erst zum alljährlichen Veterans Day zurück nach Washington. Und reflektiert über das, was sich hier am 6. Januar ereignet hat. Es war ein pro-Trump rally. Und viele Leute werden riled up für es. Und riled up doesn't mean violence. Riled up means, yeah, go. Wenn das Millionen Menschen hier übergebracht haben, mit bad intentions, dann könnten sie überrunen das Place. Wir gehen über nach der Kapitol jetzt. Und, ich weiß nicht, wir gehen, wir gehen. Wir haben einen Strom in der Place. Wir gehen in. Unterdessen im Kapitol. In einer gemeinsamen Sitzung von Repräsentantenhaus und Senat wird das Wahlergebnis bestätigt. Bundesstaat für Bundesstaat. Schon früh unterbricht Trump Intimus Paul Gosar. Eine beabsichtigte Verzögerung. Die Kammern ziehen sich zu getrennten Beratungen zurück. Zeitgewinn für die Protestmassen auf ihrem Weg zum Kapitol. Sie wollen zur entscheidenden Phase der Auszählung vor Ort sein. Im Kongress ist man erst bei P wie Pennsylvania angekommen. Die nächste Unterbrechung. Mr. President, sadly, but resolutely, I object to the electoral votes of my beloved Commonwealth of Pennsylvania. Die beiden Kammern ziehen sich erneut getrennt zurück. Der entscheidende Bruch im Zeitablauf. Sie haben sich in ihren Schoen. Sie glauben, dass Sie die Entscheidung sehr tief, viscerally, in Ihrem Herzen und in Ihrem Mind, dass die Entscheidung verletzt wurde. Wie wütend bist du? Die Antwort ist, dass du apoplektisch wirst. Du wirst faszinierend. Du wirst faszinierend. Und das ist die Faszinierend, die in diesem Tag gesammelt wurde. Gegen 13 Uhr fallen die ersten Absperrungen. Wir sind auf dem Kaffee des Kapitol. Schau, wie schön das ist hinter mir. Mitten im Getümmel eine Gruppe der Sanctuary Church. Auch besser als Moon-Sekte bekannt. Unter ihnen auch die 22-jährige Marianne. Sie ist mit ihrem Ehemann Joshua, dem Kirchenoberhaupt Jean Moon, gefolgt. America is taken on the radical left. And the Chinese Communist Party. The world will be no more. I don't know when it transitioned. But some people in the front, very front, started to push. They started to go into the actual grounds of the capital, which had been fenced off. Freedom is up here! Es ist der Beginn der nächsten Eskalationsstufe. Immer stärkere Aggression, immer näher am Kapitol. Die Sicherheitskräfte sind chancenlos. Hold the line! Hey, fuck you! Hold the line! Hold the line! Gut zehn Monate später. Gorham im Norden des Bundesstaats New Hampshire, unweit der kanadischen Grenze. Marianne lebt jetzt mit Josh in seinem Heimatort. Das junge Paar bekommt bald ein Kind. Bei allem privaten Familienglück ist der 6. Januar aber immer noch Thema. Und die Verschwörungsmythen der gestohlenen Wahl auch. Marianne wohnt mit Josh bei den Schwiegereltern im Stammsitz des Montanaro-Clans, zugleich die örtliche Kirche der Moonies, wie sie hier genannt werden. Die fundamentalistisch-christliche Sekte hat ihren Ursprung in Korea. Die Montanaros sind Trump-Fans. Familienpatriarch Ram Montanaro ist zugleich Pastor der Moonies in Gorham und Lehrer an der örtlichen Schule. Die Moon-Sekte ist eine von vielen erzkonservativen christlichen Kirchen in den USA, die in großer Mehrheit Trump-Anhänger sind. Marianne kümmert sich um die Website der Vereinigungskirche in den USA und ist darüber hinaus sehr aktiv in den sozialen Medien. Natürlich auch am 6. Januar 2021. Social Media ist ein großer Teil, um unsere Voraussetzung zu hören. Viele Phones sind raus, Menschen streamen. Ja, weil die Medien... No one else is gonna do it. Die Medien coveren uns nicht rechtlich. So, wie soll man die News wahrnehmen? Selfies als Fotos und Videos gestreamt auf und über diverse Social Media Kanäle gehören zum ureigenen Phänomen des Angriffs auf das Kapitol. Selten wurde ein Verbrechen in Eigenregie so viel tausendfach gleichzeitig öffentlich gemacht. Unsere Hilfe! Unsere Hilfe! Unsere Hilfe! Unsere Hilfe! Qin The Provocateurs, The Provocateurs, they were like just haunting! These... these riot officers that were going through there and they had... they were scared. You know the police officers were scared. Obwohl Michael Fanone keinen Dienst hat, eilt er seinen überforderten Kollegen von der Capitol Police zur Hilfe. Die Protestler überwinden letzte Barrieren vor den direkten Zugängen ins Kapitol. Nach und nach dringen sie an insgesamt acht Stellen ein. Robert Moore, Korrespondent des englischen Fernsehkanals ITV, ist mitten unter ihnen. Von professionellen amerikanischen Kamerateams ist weit und breit nichts zu sehen. Die Situation ist chaotisch und nicht ungefährlich. Kann losgehen. Ich drehe mich dann um. Auch vor der gegenüberliegenden Hauptfront des Kapitols brechen die Angreifer mittlerweile durch die Polizeibarrieren. Und bauen sich auf den Stufen des Kongressgebäudes auf. Die Situation gerät vollkommen außer Kontrolle. Auf beiden Seiten des Kapitols. Auch Marianne gerät unter Tränengasbeschuss. I couldn't breathe. I was trying to get out, but someone had helped me out. This, um, another Patriot guy. Innocent people standing around exercising their right to free speech and we got tear gassed. People were pushing, kind of like they're frustrated, like in anger. But I think it was, I think it was a righteous anger. Kind of they're like fed up. Let's go to the house so they can see us. USA! 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 This is our house, motherfuckers! USA! 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 That whole crowd were trying to get in to the building. And I could see people, you know, pointing at me, motioning for me to unlock the door to gain access to the building. And a member of the security ran up behind me and screaming at me. What are you doing here? The building is on lockdown. Um kurz nach 14 Uhr dringen die ersten Aufständischen in das Gebäude ein. Es sind diese Momente, in denen sich die Masse der Protestler deutlich in aktiv und offen gewalttätige Angreifer und eher passive Mitläufer teilt. There were people that were breaking out. Some of them were opening the door and saying, Come on, you know, you got to come in, you know, free tour of the capital. Jail! Jail! Oh, this is 2021, y'all. This is insanity. There were people who were literally tourists caught up in that moment. I actually heard a group who I went in with admiring the sculptures inside Congress as we crossed the threshold. One person took a selfie in front of a painting. I'm probably going to lose my job as a pastor after this, but I don't care. I don't care about my reputation. I care about my nation. If what you're doing is trying to enter a government building, when there are government officials in the building, and people in the crowd are threatening the lives of the government officials, that is an even more serious situation. You're not just breaching a police barrier. You are entering a government building, breaking through the police barrier, and you are at least yourself part of a crowd that is doing that, and you know that, you hear that when you enter. The building. It gives you a sense of how little people understood what they were doing was wrong. The people were livestreaming their own crime. They were talking and tweeting and using endless social media platforms to actually kind of articulate what they were doing. Where are the fucking traitors? Come on, who's first? The basement. Lovely. I think they didn't actually give it any thought. They were so fascinated with the fact that they were able to take a live video of themselves streaming the Capitol, storming the Capitol, that they didn't process that people afterwards are going to be analyzing all of this, all these videos. Forrest Rogers hat den Sturm aufs Capitol live im Internet verfolgt. Seitdem jagt er die Angreifer online, geht Spuren im Netz nach. Er ist Teil eines großen Netzwerkes. We're all individuals or individual groups who kind of work under the umbrella of a term called sedition hunters. There were several thousands of individuals who were gathering all of this information, sending it to a specific location, on Twitter for example, where we were aggregating this information and then forwarding it to the FBI. Die Sedition Hunters identifizieren die Täter anhand von Details wie Ohrringen oder Handyhüllen, die sie in anderen Online-Auftritten wiedererkennen. Ihre Arbeit ist das bisher größte Crowdsourcing-Event der Geschichte. Im Kapitol steht der Mob inzwischen unmittelbar vor dem Plenarsaal. Es wird bedrohlich für die Senatoren. Kurz nach 14 Uhr wird die Senatskammer evakuiert. Hier hatten sich die Senatoren nach der letzten Unterbrechung des Auszählungszeremoniells beraten. Unter den Evakuierten ist auch Trump-Vize Mike Pence, zugleich Senatspräsident. Unruhe jetzt auch unter den Abgeordneten. da sind nicht ganz möglich. Sie werfen die Konflikten. Sie gesessen. Sie haben die Konflikt-Urs-Dage-Leferinnen zu. Dann kamen die Konflikt-Ursinnen. Wir sehen, dass die Regierungen, der Sprecher Pelosi und andere Regierungen, die Blasen verfahren, wurden auf demiais. Das ist gar nicht so gut. Und die Situationагоrequete geht. Wir konnten den Protesten beginnen zu hören. Bord auf! Bord auf! Bord auf! Bord auf! Bord auf! Ich war schulter-to-schulter mit Mitgliedern von Congress. Und die Sicherheit war auf alle, zu gehen, zu gehen, zu gehen, zu gehen, und die Maske auf. Die Maske, unter Ihren Seinen, bitte in Ihren Seinen, und bitte in Ihren Seinen, und bitte in Ihren Seinen, und bitte in Ihren Seinen. Sie sind einfach nur Plastik-Hoods mit einem Spreng-Device. Es hat eine Fan auf. Und eine von den Memoranen von dem Tag ist die whine von diesen Dozens- und Dozens-Fans. Wenn ich es wieder hörte, würde ich mich gleich zurück. Die Atmosphäre in der Room war es einfach nur, die Gammel- von humanemotionen. Ich hörte Leute auf den Telefonnummern, auf dem Telefonnummern. Es war definitiv ein Kursing von den Leuten vor mir. Es war eine hektische, emotionale Szene. Es wurde mehr und mehr klar dass die Insurrectionisten waren über die Chambre. Und wir konnten sie nicht sehen, weil die Türs waren closed. Aber wir konnten sie hören. Und ich war in der Uppere Gallerie. Sie haben uns ausgelöst wegen der Covid. Also nicht jeder sitzt auf dem Boden. Viele von uns waren in der Uppere Gallerie. Die Leute auf dem Boden konnten sehr schnell evakuieren. In der Gallerie, die Gallerie wird in Boxen dividiert. Und wir mussten von Boxen, von Boxen, von Boxen, von Boxen, von Boxen. Die Abgeordneten, Journalisten und Polizisten oben auf der Gallerie sitzen erst einmal fest. Denn sie wissen nicht, welche der Türen noch einen sicheren Fluchtweg bieten. Unten steht schon die letzte Verteidigungslinie. in der Nähe, vor der Tür zur sogenannten Speakers Lobby, spielen sich noch dramatischere Szenen ab. Die aggressive Stimmung eskaliert vollends, als die Eindringlinge sehen, dass Abgeordnete auf der anderen Seite evakuiert werden. Es ist 20 vor 3. Es sind die letzten Momente im Leben der Veteranen Ashley Babbitt. Die Sicherheitskräfte haben endlich einen sicheren Fluchtweg für Jim Himes, seine Kollegen und die Journalisten um Andrew Harnik gefunden. Über Treppenhaus und Tunnel gelangen sie in ein Nebengebäude. Fuck you guys! You can't even call yourself American! You broke your fucking nose today! 1776 bitch! When I was defending the capital, they tried to recruit me. They were saying, remember your oath to the constitution, remember your oath to the country. and then they said to me, you should be executed. You are a disgrace. Später werden viele Polizisten erzählen, dass sie am 6. Januar von den Aufständischen auch rassistisch beleidigt worden sind. Even with my gas mask on, they were able to say to me, you're not even an American. Not knowing that I served this country in the armed forces in Iraq for a year and a half. Not knowing that I've been here as a police officer for 15 years. This was, if anything, a sort of display of white supremacy, of militant white supremacy. If you think about the groups that were involved, the Oath Keepers and the Proud Boys, these are really groups that are organized around an idea of white supremacy in the United States. And I think that's a very big part of Trump's appeal and a very big part of what happened on January 6th. One thing that we haven't yet figured out is how great a role race played in that insurrection as a kind of response to a year of racial justice protests in the aftermath of the killing of George Floyd in May of 2020. Aquilino Gornel kämpft an einem Tunnel auf der Westseite. Seit mehr als einer Stunde halten die Polizisten hier die Stellung und verschaffen den Menschen im Kapitol kostbare Zeit für ihre Rettung. In dem engen Tunnel sind die Polizisten der Gewalt der Angreifer ausgeliefert. We have common weapons like flagpole, bear spray, pepper spray, metal pipes, hammers, anything that they could get their hands on and that were using it against us. The more we tried to contain it, the more hostile they became. We were fighting for our lives. You could see how fatigued these guys were and a lot of them were just being held up by the body weight of other police officers. After a while we made our way all the way up to the front of that group of officers. He took my space, my spot, and when he did that, I already had been fighting for about an hour, an hour and a half. So it was, I was very thankful that Metropolitan Police Officer for Noem at that time, he relieved me. And immediately they started advancing on us and, you know, it just became this medieval battle scene of, you know, body against body, just crushing up against one another. I didn't have a gas mask. It was incredibly difficult to, uh, to breathe. Uh, the tunnel's incredibly narrow. It was only about as wide as maybe four adults standing shoulder to shoulder. Uh, we had maybe five or six rows of officers. Uh, and on the other side of that group of officers was about fifteen thousand insurrectionists who were trying to enter the Capitol through that tunnelway. Die Polizisten wissen zu diesem Zeitpunkt nicht, dass die Eindringlinge an anderen Stellen längst durchgebrochen sind. Einige verfolgen ein ganz bestimmtes Ziel. We're coming for you, Nancy! Can I speak for Pelosi? Yeah, we're coming, bitch! Oh, my pitch, we're coming for you too, fucking trainer! Woah! Nancy! Oh, Nancy! They're not trying to control the situation. Oh, no! The group I was with were marching with intent toward Nancy Pelosi's office. They wanted to get to the speaker, their great kind of nemesis, the person they hated the most. I have very little doubt that they would have, if they had been captured by that crowd, they, they would have been killed and worse. Hey! 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 Einige Aufständische finden den Weg in die Senatskammer. Sie suchen nach Beweisen für den Wahlbetrug oder sonstige Verbrechen der Volksvertreter. Währenddessen hält Michael Fanon immer noch die Stellung im westlichen Tunnel. Die Ereignisse überschlagen sich. Aufnahmen seiner Bodycam dokumentieren den Moment, als er sich nicht mehr halten kann und in die Menge gezogen wird. At one point, I heard someone yell, I got one. I got one. When I was first able to get my bearings, I could see I was about 250, 300 feet away from the tunnel entrance. I was being beaten from every direction with fists and metal objects. I remember individuals who were grabbing a hold of my gun, trying to rip it from the holster. And hearing individuals yell out, get his gun and kill him with his gun. Shortly after that, I remember being tasered numerous times on the back of my neck. I remember yelling out that I have kids and several individuals in the crowd began to encircle me and try to provide me some degree of protection. And they were actually fighting with other members of the crowd who were still trying to assault me. And then, I remember someone asking me, you know, which way do you want to go? And I said back inside. After that, I was unconscious. Ein Kollege bringt Michael Fanone ins Krankenhaus. Die Ärzte diagnostizieren ein schweres Schädel-Hirntrauma. Außerdem hatte der 42-Jährige einen Herzinfarkt. Wahrscheinlich eine Folge des Angriffs mit einer Elektroschockpistole. Forrest Rogers findet Monate später den Täter. One of the individuals that my group and I found was a person named Daniel Rodriguez. And Daniel Rodriguez tasered Officer Michael Fanone in the neck. I had watched all of this footage and I saw Michael Fanone being attacked. So, I single framed the video. Here is Officer Fanone's neck. You see Daniel Rodriguez now putting, inverting his right hand and putting it on Officer Fanone's neck. So, I knew it was vital that we get this information to the FBI as soon as possible. Die Arbeit der Sedition Hunters trägt wesentlich zu den Ermittlungserfolgen des FBI bei. Mehr als 640 Anklagen sind bis heute erhoben. Auch Daniel Rodriguez, hier beim Verhör durch das FBI, wurde verhaftet und muss sich für seinen Angriff auf Michael Fanone vor Gericht verantworten. An die Konsequenzen ihres Handelns denken diese Menschen beim Verlassen des Kapitols noch nicht. Die Gewaltbilanz des 6. Januars, ein Polizist und vier Trump-Anhänger sterben. Zwei Polizisten nehmen sich unmittelbar nach den Ereignissen das Leben. Hunderte Menschen werden zum Teil schwer verletzt. Die Gewaltbilanz des Kapitols von Polizisten haben sich nicht verletzt. After hearing all summer long, how city after city getting burned down was a largely peaceful protest. This is actually what a largely peaceful protest looks like. After the Black Lives Matter riots, people engaged in violence who could be identified were arrested and charged as they should be. There is no excuse for violence in any situation of political protest. Now, in terms of a threat to a democracy, there is a unique threat when the Capitol building is invaded. Der späte Einsatz der Nationalgarde bringt die Lage im und um das Kapitol wieder unter Kontrolle. Nun kann auch endlich der gemeinsame Auszählungsprozess der beiden Kongresskammern fortgeführt werden. Mittlerweile ist bereits der 7. Januar angebrochen. There was a powerful sentiment that we were going to finish the business, that we were not going to allow this attack to stop, you know, a constitutionally mandated process. One of my Democratic colleagues, a big guy, when a Republican came back and the Republican was making light of what just occurred, a fight almost broke out. And I remember my fellow Democrat looking at the Republican and saying, you did this. And it was a very tense moment. Es ist 3.39 Uhr, als Mike Pence das Ergebnis verließ. The votes for President of the United States are as follows. Joseph R. Biden Jr. of the State of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the State of Florida has received 232 votes. Es ist vollbracht. Joe Biden ist zum 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt und offiziell bestätigt. Officer Aquilino Gonel ist erst seit wenigen Tagen wieder im Dienst. Wegen seiner Verletzungen musste er zehn Monate pausieren. Geheilt ist er noch lange nicht. I also go through mental health with a therapist twice a week. And that seems to help me a lot. I have PTSD from my time in the Army. And I was doing good enough that I stopped it two years ago. But then January 6th brought it back. I had some brain fog and short-term memory loss. I also experienced difficulties searching for words at times, even like the most trivial words. I remember at one point asking somebody, I wanted a glass of water. I couldn't think of the word water. So I said, well, can I get a glass of that clear stuff, you know, that sustains life. Das Repräsentantenhaus setzt einen Untersuchungsausschuss zum 6. Januar 2021 ein. Am ersten Sitzungstag sagen unter anderem Gonel und Verknown als Zeugen aus. New Orleans Cheney und Adam Kinzinger, ausgewiesene Trump-Kritiker, sind von Seiten der Republikaner dabei. Der Rest der Parteikollegen boykottiert die Aufarbeitung eines beispiellosen Angriffs auf das Kapitol. Aber auch auf sich selbst. All I've seen is political leaders, associates of the former president, hiding behind executive privilege or political speak, using that as an excuse to defend their behavior and insightful rhetoric, which resulted in an insurrection and an attempt to overthrow our democracy. It's just absolute embarrassment. In Washington erinnert äußerlich kaum noch etwas an den Schrecken des 6. Januar. Der Angriff eines zornigen Mobs auf das Kapitol hat sich in das kollektive Gedächtnis der Amerikaner eingebrannt. Dahinter verblasst bislang, dass Mike Pence als Vorsitzender die Bestätigung Bidens kippen sollte. If Mike Pence does the right thing, we win the election. Noch Präsident Trump ruft damit am 6. Januar seinen Vize öffentlich zum Verfassungsbruch auf. Mike Pence hat tatsächlich Rechtsrat eingeholt, ob nicht vielleicht tatsächlich doch irgendwo ein Schlupfloch ist, damit er seinem Präsidenten den Gefallen tun kann an jedem Tag. Das politische Washington analysiert den Vorfall nun eingehend, selbst wenn Pence am Ende standhaft bleibt. Dem Abgeordneten Jim Himes wird erst später klar, dass am 6. Januar 2021 nicht nur sein Leben und das seiner Kongresskollegen auf dem Spiel stand, sondern die amerikanische Demokratie. You could create the conditions where Mike Pence caves. Now the country is in a constitutional crisis. At that point anything can happen. You could have much more violence. So now you've got violence in the streets and Donald Trump declares martial law. Now you have a successful coup. So again, it wasn't the crowds that got into the Capitol that were going to successfully engineer a coup d'etat. They were just part of a very sophisticated effort that could have led to a coup d'etat in the United States. Die Republikaner im Kongress sind nach wie vor Donald Trump ergeben. Kritikern droht das Karriereende. Viele äußern sich zum 6. Januar entweder gar nicht oder verharmlosen. Why are there so many Republicans in denial of calling J6 an insurrection? Well I think it was a small number of people. I mean nobody would have expected that it's going to result in a change in government. I don't know. I don't know what you mean by that question. I've always tried to build strong personal relationships across the aisle. It's personally hurtful to me that fewer Republicans, including some of my friends, have not had the courage to say this was an attempted coup. This party must never do business with Donald Trump again. Rechte Medien wie Fox und ihre Scharfmacher wie Tucker Carlson gehen noch einen Schritt weiter. Propagieren Verschwörungsmythen rund um den 6. Januar und zur angeblich gestohlenen Wahl. Zur Primetime startet eine neue Doku-Reihe von Tucker Carlson, pünktlich am Tag vor der Gouverneurswahl in Virginia. Es ist das erste politische Votum nach der Präsidentschaftswahl im November 2020, bei der Joe Biden den Bundesstaat noch gewonnen hatte. Am 2. November 2021 siegt der Republikaner Glenn Youngkin und wird neuer Gouverneur. Die Wahl als erster Gradmesser, dank rechter Propaganda, haben sich Verschwörungstheorien von manipulierten Wahlmaschinen und Briefwahlzetteln offenbar fest in den Köpfen verankert. Du sagst mir, wer gewonnen hat. Es gibt Menschen, die andere Opinionen haben. Das ist meine Frage. Es ist nicht eine Opinion, es ist ein Fakt. Es gibt eine Unterschiede zwischen Fakt und Opinion. Ich spreche nicht über Opinions. Ich bin ein Objektiv-Thinker. Ich glaube nicht in Subjektivität. Ich mag nicht Subjektiv-People. Und ich mag nicht Subjektiv-Ideas. Der Fakt ist, dass der Votum zu Biden ging. Und viele Offiziere, sogar Republikaner, haben gesagt, dass es korrekt ist. Das wünschen sich auch die Montanaros, Republikaner und am besten Trump zurück an die Macht. Familienzusammenhalt, möglichst unter einem Dach und fundamental christlicher Konservatismus stehen hier ganz oben auf der Agenda. Tiefe Überzeugungen und ein Weltbild, das in den ländlichen Regionen der USA deutlich häufiger anzutreffen ist als in den großen Städten des Landes. In der Heartland der Amerikaner, da ist ein starkes Gefühl, dass die Leidenschaft in Amerikaner ist mit der realen Amerikaner, die realen Menschen in Amerikaner. Die sophisticateden Menschen in den Zonen, die urbanen Zonen, die Mocken der Heartland der Amerikaner. Die Mocken. Die Mocken. Finanein. Die Mocken. Im suffer bloody Glad. Im Gro Ок, im GroK withAS. Im GroK. Im vorbei ofeden von drei Jahren und den meisten fascinating Dinge columns Oppen. Im großenADern. Im großen Sinn. Im großen teams TonightGI auf die Vorher zu leben, zu dem neuen Staat, im GroK und das gereL denkじen uns statt. Die Montanaros sind nicht nur sehr Bibel, sondern auch sehr waffengläubig. Der zweite Verfassungszusatz ist deshalb für sie unverrückbar. Das Recht auf den Besitz und das Tragen einer Waffe, es soll die Familie und Unabhängigkeit der Gemeinschaft schützen. Die Sache mit dem zweiten Verfassungszusatz sieht man im Tuscarora Gun Club in Maryland sehr ähnlich. Für die konservativen Waffenliebhaber ist der Gegner bereits ausgemachte Sache. Auch für Pat sind seine Erlebnisse am 6. Januar noch nicht der Höhepunkt der politischen und gesellschaftlichen Auseinandersetzung in den USA. Ich denke, J6 als such a small event, honestly. Es war keine Insurrectionen. Es war ein hugees Crowd von Leuten. Wenn sie das Land wollte, dann könnte sie das Land haben, dann könnte sie das Land haben. Barely jemanden war da, was da zu cause Trouble. Hunderte Festnahmen sprechen eine andere Sprache. Die meisten Inhaftierten sitzen in Washington ein. Der 6. Januar 2021 ist auch für die Justizbehörden ein Präzedenzfall. Es gibt unterschiedlich schwere Vergehen. Keines davon ist jedoch ein Kavaliersdelikt. Am 18. September treffen sich vor dem Kapitol Unterstützer der Inhaftierten. Unter dem Motto Justice for J6 wollen sie Aufmerksamkeit für die, in ihren Augen, politischen Gefangenen. Eugene Sibic ist aus Buffalo angereist. Sein Sohn Thomas sitzt seit März 2021 in Washington im Gefängnis. Auch Thomas hat am 6. Januar stolz gefilmt. Er ist auf der Westseite in der Nähe des Tunnels, an dem auch Officer Fanone kämpft. Es sind folgende Szenen, die Thomas Sibic schwer belasten. Er ist angeklagt, Michael Fanone, als dieser hilflos in der Mitte des Mobs um sein Leben fleht, sein Abzeichen und sein Funkgerät entrissen zu haben. Mithilfe der Sedition Hunters konnte Thomas Sibic klar identifiziert werden. Mithilfe der Szenen, die Thomas Sibic war nur da zu helfen, Michael Fanone. Viele dieser Menschen sind Bauernopfer in Trumps Universum. Sie haben in seinem Namen das Kapitol gestürmt und zahlen dafür einen hohen Preis. Ihre Hörigkeit dem Ex-Präsidenten gegenüber hat sie blind das Gesetz brechen lassen, viele von ihnen ins Gefängnis gebracht und öffentlich gebranntmarkt. Der Untersuchungsausschuss versucht, Zeugenaussagen aus dem Trump-Dunstkreis zu erzwingen. Auch schwer belastende Indizien für einen tatsächlich geplanten Staatsstreich des Trump-Lagers liegen in Form von Dokumenten inzwischen vor. Wenn der Kommander-in-Chief des US-Försensforschen versucht, zu verändern, zu verändern, zu verändern, von der Justizepartement, dass die Justizepartement wurde stolen und dass Joe Biden nicht der Präsidenten des US-Försensforschen wurde, er weiß, dass wenn er diese Opinion von der Justizepartement aus dem Justizepartement, das er fast hat, er kann dann zu den Generals und sagen, Die Vorzeichen sind andere. Die Demokraten im Kongress schwächeln und der neue Präsident Joe Biden macht Fehler. Ex-Präsident Trump liegt in lauer Stellung für eine zweite Amtszeit ab 2024. Trump schmiedet derzeit ein scharfes Propagandaschwert für seine Wiederwahl, Truth Social, ein, schon vor dem Start 2022 milliardenschwere Social-Media-Sprachrohr. Gewinnt Trump 2024, droht die finale Demontage der US-Demokratie. Und wenn er erneut verlieren sollte? Ein offener Bürgerkrieg in der Führungsmacht der westlichen Welt? Ein absolutes Horrorszenario. Ich glaube, es wird nicht so sein, dass die Amerikaner werden. Die Amerikaner werden nicht so sein, dass die Amerikaner werden. Ich denke, es wird nicht passieren. Ich denke, wir werden finden ein Weg durch das. Ich denke, wir werden das. Wir sind. Denn wir wollen uns nicht, dass wir uns sind. Es ist ein uglinesses, das hier nicht passieren muss. Wir sind zu guter Land. Wir finden ein Weg durch das. Amerika, 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 God shed his grace on thee.